Können Sie mir bitte ein Zeichen, wenn Sie in Position sind? Meine Damen und Herren, bitte absolute Ruhe, die Künstlerin muss sich sehr konzentrieren. Dankeschön. Wenn der Mond zum Himmel steigt, wenn es hier in meinem Zimmer leer und einsam wird und ich suche ich in den dunklen Schatten die Erinnerung an dich. Und ich fühle, wie der Augenblick zur Ewigkeit gerät, wenn das Spinnerein meiner Träume längst zerrissene Fäden spinnt und sich leist zu drehen beginnt, wie sich Mühlen drehen im Wind. Und es kreisen die Gedanken ohne Anfang, ohne Ziel, wie die schnellen Wellen ringen, wenn ein Stein ins Wasser fliegt. Wie ein Kreise, den die Weitsche über Straßenflaster dreht, wie Spiralen, die ein Adler in den Abendhimmel schreibt. Und ich fühle, wie der Augenblick zur Ewigkeit gerät, wenn das Spinnerein meiner Träume längst zerrissene Fäden spinnt und sich leist zu drehen beginnt, wie sich Mühlen drehen im Wind. Tausend Fragen ohne Antwort, tausend Fragen ohne Sinn, warum flog für uns der Sommer wie ein Fall so schnell dahin? Hat der Erbsbind gar die Spuren unserer Liebe schon verwegt? Wenn das weiße, blaue Fall ist, ist es da für uns zu spät? Wenn das weiße, blaue Fall ist, da ich eben nicht im Dunkeln, deinen Schatten an der Tür. Haufte für ein paar Sekunden, du kämpfst doch zurück zu mir. Wenn das weiße, blaue Fall ist, da ich nicht im Dunkeln, deinen Schatten an der Tür. Wenn das weiße, blaue Fall ist, da ich nicht im Dunkeln, den Schatten an der Tür. Und ich fühle, wie der Augenblick zur Ewigkeit gerät, wenn das Spinnerein meiner Träume längst zerrissene Fäden. Wenn das weiße, blaue Fall ist, da ich nicht in den Dunkeln, den Schatten an der Tür. Untertitelung des ZDF, 2020